Hier bleibe! Ich wohne jetzt sterben! Sie hat Anna das Kind gerettet. Ich will 100 Bäume. Mit Ästen von der Wurzel bis zur Kohle. Ich habe 30 Tage. Und jetzt? Weitermachen. Längt es nicht, dass mein Vater tot ist? 100 Schatten, schwende Bäume! Einen Schattengang! Breche ich! Vielleicht kann ich helfen. Wenn der Bäume versetzen kann. Du musst jetzt Leben retten. Es ist eine Bestimmung, Christine. Es Lob auf Christine! Ich habe Angst, dass es ein Fehler war. Wo bist du? Du hast den Traum damit gemacht. Der, der euch alle gerettet hat. Ich werde jetzt alle einbauen. Lass das jetzt aufhören! Ich lasse ihn nie mehr im Stich. Wer gibt das Kind? Nein! Christine! Was ist denn? Ich habe nicht mein letztes Kind. Christine! Christine! Christine!